Spotted! Enemy Helicopter! Ich habe mir natürlich mal das Tutorial vom Fabian Sieges mit angeguckt. Schönen Gruß. Und ja, ich bin wirklich auf seiner Empfehlung hängen geblieben. Das Typ 88 LMG ist ja mal richtig nice. Und deswegen habe ich jetzt hier gerade meinen Laserstrahl ausgepackt. Ich werde natürlich auch später noch ein bisschen Conquest-Gameplay reinschneiden. Weil ich glaube, das hier ist gerade etwas lame. Aber egal, gut abholzen hier. So, auch ein LMG muss mal nachladen. Zack. Weiter geht's. Ich wollte mich mal ganz kurz bedanken. Und zwar habe ich gesagt, dass ich das ganz toll finde, dass ihr mir immer Daumen reinknüppelt. Und genau in dem Video waren halt auch mal eben locker wieder zweieinhalb Tausend Daumen. Und dafür halt nochmal vielen Dank. Ich finde das total geil, dass ihr mich da so ein bisschen supportet. Apropos Supporter. Passt ja gerade. Ähm... Ja. Jedenfalls kommen dann in den nächsten Tagen auch wieder DayZ-Videos. Ich erzähle hier einfach und holze den ganzen Wald ab. Ist okay. Fuck. Oh kacke, oh kacke, oh kacke, oh kacke. What? Okay. Habt ihr das gesehen? Ha. Ähm. Boah, Sniper. Fuck. Was? Nein. Also wenn die Gegner von rechts kommen, könnte ich mich ja hier an diesen Berg hinpflanzen. Boah, so viel dazu. Könnte ich mich ja hier so hinpflanzen und mal ein bisschen warten, oder? Die kommen gleich bestimmt hier reihen. Und wollen an der Amcom dran. Deswegen kann ich mich hier hinlegen, ausruhen. Ich bin ja schon alt. Und, äh... Boah, meine Augen, ich hab schlechte... Ich seh das gar nicht. Da. Und da. Der ist wieder weg. Mann. Ähm, ja, Helmut Müller kommt demnächst auch wieder. Äh, der alte Surfer ist momentan etwas unbesucht. Liegt daran, dass in der letzten Zeit nicht wirklich ein Update kam. Äh, deswegen hatte ich keine Lust, äh, die ganze Zeit jetzt da rumzurennen, wenn da nur fünf Leute drauf sind. Also nehmt es mir nicht übel. Helmut Müller kommt noch. Ihr müsst auch nicht immer unter den Videos danach fragen. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr nervend. Und auch in irgendeiner Art und Weise unhöflich. Weil ihr guckt ja gerade das Video. Also seid doch zufrieden mit dem. Bitte. Ist natürlich nicht böse gemeint. Aber ich geb mir halt mit allen Videos Mühe. Und es wäre halt sehr, sehr schön, wenn ihr dann einfach abwarten könntet. Und vor allen Dingen, weil Helmut Müller sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. So. Genug von dem alten Sack gequatscht. Jetzt bin ich hier wieder am Start. Mit meinem LMG. Typ 88. 88. Das waren noch Zeiten damals. Als... Wow. Gut. Das mit der 88. Die Wortwitze lassen wir jetzt mal, ne? Äh, so. Hm. Ich habe gedacht, ich treffe jetzt hier auf Milliarden Gegner. Milliarden. Ist ja, ne? Äh, Milliarden gegen Milliarden. Ist, äh, die Serverkapazität hier. Aber anscheinend ist nichts da. Die Musik setzt ein. Mhm, mhm, mhm. Das heißt, gleich ist Ende. Ende. Jungs, wir können nach Hause. Wir können nach Hause. Na gut. Eher nicht mehr, aber... Jungs, wir können nach Hause. Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Geht doch. Mein Team hat also gewonnen. Hm. Wegen wem? Ah. Wegen Rick Grimes QQ. Ganz unten. So, ich bin jetzt bei uns auf dem Server. Das hier ist der Klärwerk Community Server. Der steht wieder. Der ist wieder online. Den habe ich jetzt gestern mal angepasst. Ähm. Ist ein ziemlich cooler Server, wie ich finde. Hier gibt es halt kein HOD. Äh, die Killcam ist aus. Kein 3D-Spotting. Weil, dann hat man mal so ein bisschen seine Ruhe. Äh, vor allen Dingen zu Fuß. Und auch im Jet. Weil, wenn du da gespottet wirst, wirst du halt instant von der Iglau oder sowas runtergeholt. Ähm. Was haben wir noch? Genau. Teambeschuss ist aus. Regenerierung der Gesundheit ist aus. Und es ist eine Hardcore-Treffer-Wirkung. Ich bin ein Zug. Ich bin ein Zug. Hallo. Ein Zug. So. Flagge einnehmen. Ähm. Oh, ein Helikopter. Helikopter, 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 Helikopter. Kaputt. Irgendwas wollte ich noch. Ach ja, genau. Ich verlinke den Server mal in der Videobeschreibung. Das heißt, ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr auf diesen Server connecten würdet. Denn dann kann man vernünftig zusammen zocken. Und, Leute, connectet auch auf den Server. Äh, wenn keiner drauf ist. Der wird schon voll. Also, das funktioniert schon. Das muss ja auch bei anderen Servern so sein. Ne? Ja. So. Da steht ein Panzer. Ne, Moment. Ich glaube, der Typ ist ausgestiegen. Jawohl. Dann ist das jetzt mein Panzer. Dankeschön. Bäm. So, warte. Kriegst direkt noch eine. Bäm. Ähm. Verrecke. Oh, oh. Da kommt ein Helikopter. Da kommt ein Helikopter. Ich muss schnell sein. Ich muss schnell sein. Oh. Jawohl. Schopper down. Schade. Na gut. Ähm. Looping. Yay. Wuuuuh. So. Äh. Da ist er. So. Das ist nämlich ganz cool. Wenn das 3D-Spotting aus ist, dann erkennt man die Leute zwar nicht so schnell, aber man wird halt auch selber nicht so schnell erkannt und weggeholt. Ja. Mir ist das doch alles scheißegal. Den Jet hier mag ich eh viel lieber. Der ist wendiger. Und der hat unfaire Drecksraketen an Bord. Kaputt. Exotrecks HD. Ah ja. Wow. Fuck you. Fuck you. Oh Gott. Zu schnell. Aha. Kacke. Jetzt ist er hinter mir. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Ich. Ich hab ne Idee. Oh. 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 Ja. Mann. Geil. Also ich muss ja wirklich zugeben. Es gibt so 2-3 Szenen. Ja. Die kriegst du tatsächlich nur in Battlefield hin. Oh. Fuck. Oh. 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 Äh. Diese zum Beispiel. Verdammt. Fuck. Naja. Jedenfalls mega geil. Das ist ja... Äh. Äh. Ha. Bäh. Bäh. Zunge. Zunge. Biu. Immer steigen die Spackos aus hier, ey. Warte mal da. Ach so. Ne. Moment. Oh. Der ist auch ausgestiegen. Doch. Siehste? Sag ich doch. Immer steigen die Spackos aus. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-p-packos. Ne, 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 ne. Daumen hoch, was? Äh. Zwischenwerbung. Entschuldigung. So. Ähm. Was machst du denn? Kann sich auch nicht entscheiden. Soll ich reinfahren? Soll ich rausfahren? Ey. Wo soll ich parken? Ist wieder alles vollgestellt. Die Wichsers. Echt ey. So. Kommst du doch ins Parkhaus? Ja. Ähm. Sir. Oh. Bitte? Der hat überlebt? Ja, warte mal eben. So. Jetzt bist du dran. Hast du etwa hier kein Parkticket gezogen? Arschloch. Das nächste Mal weißt du Bescheid. Zahlen. So. Was ist denn hier los? Minimap-Spot. Minimap-Spot down. Down, down, down. Heli? Oh. Biuuu. Natürlich. M.O. M.O. Ich brauch Munition. Ich brauch Munition. Aua, 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 aua. Ah, kacke. Ja, meine Freunde, das war's. Daumen hoch. Ansonsten eben halt nicht. Tschö. Tschö.